Leon, Lovelock und die Wissenschaft. Ich mag Leon nicht sonderlich. Leons rhetorische Grobmotorik ist in Situationen angemessen. Ja okay, manchmal habe ich ein bisschen Sprachfehler und so, gebe ich schon zu, ja. Es reicht schon, sich als Doktor zu uns 0815-Bürgern herabzulassen. Jedenfalls zeigt eine simple Suche in fast allen Fällen, dass Dr. XY zur Forschung seit langem nichts mehr beigetragen hat. Ob Leon diese Red Flags ignoriert oder er sie nicht als solche erachtet, sei mal dahingestellt. Ich scheiße auf diese Red Flags, weil der Dr. Wolfgang Wodak war damals im Ausschuss drin, Schweinegrippe-Ausschuss, und hat dafür gesorgt, dass der Impfstoff nicht verimpft wird bei den Menschen und dass potenziell Menschen nicht Nebenwirkungen haben und dass die Pharmaindustrie nicht einfach so ihr Ding durchziehen kann und die Bevölkerung da mitmacht. Und dafür, Dicker, liebe ich den Dr. Wolfgang Wodak und dass er die Eier hatte von Anfang an bei Corona, mit mir zusammen und anderen Leuten seinen Maul aufzumachen und zu sagen, hört nicht darauf, was die euch erzählen, die wollen nur Geld machen und die verarschen euch. Deswegen Wodak, bester Mann. So, burn it in, man hat da. Gib mir die Burnie-Vibes, Bro. Burnie! Bevor wir da reingehen, müssen wir natürlich uns auch spirituell ein bisschen reinigen, die Energie ein bisschen aufmachen. So, heiliges Holz auf den Nacken. Bisschen hier Zirbeldrüse, ganz wichtig. Zirbeldrüse, Thymusdrüse, Herz. Einmal kurz durchklinen hier, energy-wise. So, hier auch schön die Balls. Weißt du, was ich meine? Schön die Eier, Digga, weil der Lovelock steht auf eigenen Eiern, haben wir gelernt. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community, Diggi. Wir haben ein mieses Video heute am Start, welches heißt Leon Lovelock und die Wissenschaft von Franz Pöckler. So, wir haben uns gerade mit Paolo Santo noch ein bisschen energetisch gereinigt, weil ich habe gehört, das wird so eine Art Zerstörungsvideo sein. Ja, 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 diese Zerstörungsvideos, ne? Ich weiß noch nicht ganz genau, was uns hier erwartet. Ich habe schon mal die ersten Minuten so ein bisschen reingelurrt und es scheint wohl irgendwie ein Charakter zu sein, der mich nicht so gerne hat. Warum auch immer eigentlich bin ich niemand, der jetzt irgendwie anderen was Böses wünscht oder irgendwie, keine Ahnung, negativ drauf ist oder weiß ich nicht, Digga. Ich gebe eigentlich, weiß ich nicht, so, ich verstehe nicht, warum ich so eine krasse Angriffsfläche habe, dass so viele Leute mich nicht mögen oder auf mich reagieren und so. Also ich kann es euch nicht erklären, vielleicht könnt ihr mir es erklären unten in den Kommentaren. Ich liebe euch auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Lasst Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal und werdet Mitglied. Werdet Teil der Love Gang, könnt ihr auch unten machen. Mitglied werden und Lovelock supporten, Digi. So, für alle, die mich lieb haben. Und jetzt würde ich sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Guck dir mal diese Werbung an. Immer wieder dieses komische Spiel, wo da so eine Frau, so eine Königin mäßig ist und dann so kleine Männer sind, die dann verarscht werden irgendwie. Überleg mal, was das für eine Message ist, bruv. Guck mal. Die Leute gucken das. Das verstört mich richtig. Da siehst du genau, wo die Reise hingehen soll. Um Missverständnissen vorzubeugen, lass... Das ist ein geiles Intro gewesen. Ich glaube, das nehme ich jetzt für meine Videos auch immer. Gleich mal zwei Sachen klarstellen. Denn ich will keinen Hehl daraus machen, dass ich hier nicht komplett neutral eingestellt bin. Aha. Erstens, ich mag Leon nicht sonderlich. Warum, Brudi? Wir kennen uns doch gar nicht, Bro. Ich schwöre dir, ich bin nicht böse oder so. Wir können uns mal auf einen Kaffee trinken, Digga. Kommst du mal nach Hannover vorbei, Digga? Mal schön auf ein Käffchen, so. Und danach haben wir uns bestimmt lieb. Ich bin jetzt kein schlechter oder böser Mensch oder so, aber ich finde ihn von vorne bis hinten unsympathisch. Warum? Krass. Sollte vielleicht... Exactly. Das macht mich traurig gerade. ...Ende des Videos ersichtlich sein. Zweitens, halte ich ihn nicht für sonderlich talentiert. Mögen die Gespräche von Comments Café bei vielen den Eindruck hinterlassen haben, da säß ein guter Interviewer, verzerrt das die Realität. Denn ich habe alle Gespräche gesehen. Leon hat... Alle hast du dir reingezogen. Stark, Bruder. Danke für deinen Support. I love you, man. ...gegenüber größtenteils erzählen lassen. Klar, in einer lockeren Atmosphäre. Aber im Endeffekt wären wir, selbst bei Verschwörungsblabla, auch durch andere Vermittler in die Inhalte gelangt. Ich meine, ich lobe ja auch nicht meinen Fernseher, wenn ich über meine Lieblingsserie spreche. Wie wenig Ahnung von der Rap-Materie er aufwies... Ja, ja, ja. Ich weiß ein bisschen, was er meint auf jeden Fall, aber ich habe die Jungs schon sehr viel reden lassen und so. Aber ich habe halt wirklich für eine coole Atmosphäre gesorgt. Wie er es selber auch schon gesagt hat, glaube ich, haben mir die Leute halt immer gesagt so. Viele hatten bei mir das Gefühl, dass keine Kamera an ist und haben dann von Dingen erzählt, die sie vorher so bei anderen Interviewern noch nicht erzählt haben, weil die da nicht das Feeling hatten, den Vibe hatten, dass sie sich mal öffnen können. Also viele von den Jungs, die bei mir in die Talks reingekommen sind, haben mir das auch als Feedback gegeben, warum die überhaupt erst gekommen sind. Die haben gesagt, ich will auch mal geil so auf entspannt Shisha wie mit einem Bro reden. Nicht immer dieser angespannte irgendein Journalist, der dann versucht, mich irgendwie zu exposen oder irgendwas aus mir rauszulocken oder so. Auf Locker, Digga. Auf süß. Weißt du? Wie unangenehm er sich teilweise seinen Interviewpartnern aufgedrängt hat, habe ich nicht vergessen. Ebenso wenig wie die Kommentarspalten unter den späteren Comments-Café-Folgen. Und auch wenn Leon sich und anderen fälschlicherweise einredet, irgendein YouTube-Pionier in Fitness- oder Straßenumfragen gegeben gewesen zu sein, muss man konstatieren, nein. Leons Content war... Konstatiert in mir, Alter. Also Fitness natürlich nicht, ne? Da hatte ich ja auch Leute, die vor mir am Start waren. Ich kann mich erinnern an Karl S., an Flavio Simonetti, habe ich mir auch alles selber reingezogen. Mischa Janjitz, Patrick Reiser und so. Das waren so die ersten so großen Fitness-Youtuber in Deutschland, würde ich sagen. Und wir waren dann so zweite, dritte Generation so ein bisschen. Aber bei den Straßenumfragen, glaube ich schon, da war ich mit einer der Ersten, der das auf dieser breiten Fläche gemacht hat, mit so vielen verschiedenen Umfragen. Und dann quasi nur diesen Content zu einer Zeit lang so gemacht hat, so weißt du. Und ich weiß auch, dass ich sehr viele Jungs, die heutzutage immer noch Straßenumfragen machen, da inspiriert habe. Aber es ist halt einfach die Wahrheit. Da muss ich mich jetzt auch nicht irgendwie als krass hinstellen. Und so oft erwähne ich das eigentlich auch gar nicht. Oder, Freunde? Oder ist das so, dass ich das immer so mache, dass ich sage, ich bin der Krasseste und so? Nie wirklich besonders. Und ist es auch heutzutage nicht. Er ist ein Streamer, dessen Inhalte... Naja, also er hat halt einen der Channels mit diesen Thumbnails. Oh oh. Oh oh. Gibt's wie Sand am Meer. Dort hantiert er mit Fakten rum wie... Moment, ich visualisiere es euch. Also stellt euch vor, der Terrorist hier ist ein Fakt. Und Leon hat die M4 in der Hand. Wie hat Tobias gesagt? Dumm. Einfach dumm. Er ist kein Skeptiker, er ist einfach dumm. Ich könnte mir jetzt natürlich zwei oder drei Videos rauspicken, den Klimawandel erklären, zeigen, warum Leon falsch liegt und dann lachen wir alle ganz herzhaft über... Geile Animation, mein Jutscher. Typen und ich habe ohne viel Aufwand viele Klicks geholt. Alien-Love-Log, Digger, guck mal. Nein. Also dafür gibt es ja Reaction-Streamer, die das richtig gut machen. Hier steht heute, wie ihr im Titel seht, die Wissenschaft im Fokus. Die Wissenschaft. Um es präziser zu sagen, was Leute, die über Wissenschaft reden, über Wissenschaft wissen. Also ich muss da schon ganz klar erst mal direkt vorneweg, sorry für das Off-Stop machen so. Weißt du, aber ich muss da meinen Senf natürlich abgeben, weil es geht hier um mich persönlich so. Deswegen muss ich da meinen Senf reinhauen, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer aufentspannen, damit es auch ein bisschen würziger wird. Auf jeden Fall, wenn ich das schon wieder höre, so die Wissenschaft. Da bin ich schon eigentlich wieder raus. Da bin ich schon eigentlich wieder raus, weil für mich persönlich gibt es nicht die Wissenschaft. Die gibt es einfach nicht. Du kannst nicht sagen, die Wissenschaft hat gesagt so und so und so. Bei ein paar Themen geht das vielleicht. Weißt du, bei so ein paar grundsätzlichen Themen, wie Mathematik oder auch Physikgeschichten und so. Aber es gibt ganz viele Themen, wo du nicht sagen kannst, die Wissenschaft. Wenn du zum Beispiel sagst, die Wissenschaft hat gesagt, dass Impfen lassen gut ist und dass das voll viel bringt und dass das dich schützt vor Ansteckung, dass du das Virus nicht mehr weitertragen kannst. Und dann zwei Monate später sagen wir auf einmal, die Wissenschaft hat sich doch vertan. Aber es gab auch schon Wissenschaftler, die von Anfang an gesagt haben, dass es nicht stimmt, was die sagen soll. Deswegen diese Aussage mit die Wissenschaft ist schon wieder so ein Ding, wo da bin ich schon wieder, weißt du, da ist der Aluhut schon wieder am Glühen so ein bisschen. Und das ist, Spoiler Alert, quasi gar nichts. Also wir kennen natürlich alle das Treppenhaus-Video. Aber wirklich eindrucksvoll und angenehm komprimiert wurde Leons mangelnde Expertise in einem Gespräch mit Gregor, aka Gregors Politik, deutlich. Das ist halt krass. Die nehmen halt genau den Talk. Das ist halt krass. Ich muss auch ganz ehrlich jetzt schon vorab sagen, ich bin mit der Performance in dem Talk nicht so richtig zufrieden gewesen, weil ich auch irgendwie nicht so richtig vorbereitet darauf war, dass da einer gekommen ist, der mich irgendwie exposen will oder so. Weil der einfach so random in meinen Stream reingekommen ist und ich davor noch nicht mit diesen Walkies zu tun hatte. Die versuchten mich zu exposen. Und ich find's auch schade, dass die halt auch, die ganzen Hater von mir haben nur auf das Video reagiert. Auf das mit Dara zum Beispiel hat keiner von denen reagiert. Und das nehmen die auch nicht als Beispiel oder so. Sondern nehmen wir mal nur das, wo der Bruder halt nicht die beste Performance an den Tag gelegt hat. Das räume ich hier an der Stelle schon mal selber ein. Aber ja, wir bleiben trotzdem gespannt. Gucken wir weiter. So wie jeder YouTuber mit diesen Thumbnails hat Leon seine standardmäßigen Talking Points. Also quasi so ein Dialog. So wie jeder YouTuber mit diesen Thumbnails. Okay. Baum, den er mal mehr, mal weniger problemlos durchgehen kann. Aber nur solange der Gesprächspartner dem Drehbuch folgt. Wie ordnest du ein, wie wir mit der ganzen Corona-Pandemie umgegangen sind so? Puh. Politisch. Politisch. Ich denke es prinzipiell schon ganz gut. Gut gelaufen, sagst du? Leons Prämisse, die Wurzel des Baums, wird durch die rhetorische Frage deutlich. Er will sich über Covid-Maßnahmen auskotzen. In seinem Idealszenario würde Gregor hier einfach Yo sagen, damit Leon den Ast weiterführen kann. Feier ich. Geil. Der Österreicher ergänzt sein Urteil aber mit Hilfe eines treffenden Beispiels. In Österreich waren wir, also meine Mutter ist Abteilungsleiterin im Krankenhaus. Das heißt, sie war tatsächlich sehr nah dran und hat mir erzählt, dass es Momente gab, wo sie gesagt haben, ja, wenn jetzt sich das noch eine Woche, wenn der Trend sich noch eine Woche fortsetzt, dann hätten die die Menschen, die reinkommen, also halt mit Corona-Beschwerden, hätten die die teilweise nicht mehr behandeln können. Dann wären die vielleicht gestorben, also. Und nicht, dass wir uns missverstehen, Leon ist kein Trottel, der Corona oder die Gefahr dazu leugnet. Echt? Ich dachte, ich bin dumm. Wie jetzt? Man müsste hier eigentlich einlenken und sagen, ja, das ergibt Sinn. Allerdings ließe sich das nicht mit der Wurzel vereinbaren. Also muss er Gregors Argument angreifen. In einer Wintergrippewelle, wo extrem viele Leute krank geworden sind, so gab es das schon mal bei denen, weil es lag auch oft daran, dass die Krankenhäuser generell einfach nicht gut ausgestattet sind. So, weißt du? Das hat jetzt nicht unbedingt mit Corona zu tun gehabt in den meisten Fällen. Hier zeigt sich der erste Bruch, denn Leons Aussage kontert nichts, was Gregor gesagt hat. Oder um es in... Es ist aber trotzdem wichtig, Bro. ...debate-Bro-Termen zu sagen, Leon macht eine falsche Dichotomie auf. Stark, stark, stark. Wo er natürlich bemerkt. Es kann ja beides sein. Es kann ja sein, dass die Krankenhäuser nicht gut ausgestattet sind. Ja, genau, das meine ich gerade. Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass das ein gefährliches Virus war. Nee, ich frage mich da nur, ob das auf Corona zurückzuführen ist oder ob das auf die unausgestatteten Krankenhäuser zurückzuführen ist. Weil wenn man jetzt die Zahlen sich anschaut, wie viele Menschen gestorben sind, sind das nicht wirklich mehr Leute, sogar weniger, glaube ich, als in den Jahren zuvor teilweise bei Grippewellen, weißt du? Äh, Leon, wenn es bei Krankheit 1, Masken, Lockdowns und so weiter, bei Krankheit 2 aber gar nichts gab, ist der Sterblichkeits- beziehungsweise Auslastungsvergleich hinfällig. Um ihn bewerkstelligen zu können, müsste man beide Krankheiten mit den gleichen Maßnahmen behandeln und dann die Resultate angucken. Davon abgesehen, hat die Gegenüberstellung null Komma gar nichts mit dem initialen Streitpunkt zu tun. Leon springt hier einfach zu einem anderen Ast. Zum Corona ist nur eine Grippe Teil seines Baumes. Ja, ich finde es halt auch eine wichtige Sache so, weil natürlich auch die Maßnahmen damit gerechtfertigt wurden so, weißt du? Die haben mir gesagt, ey, die Krankenhäuser sind zu voll und die Betten sind alle belegt und so und das hat sich in vielen Fällen auch als falsch rausgestellt. Viele Krankenhäuser waren unterbelegt in der Corona-Zeit so, aber wenn die uns dann daraufhin quasi dann Ausgangssperre verpassen oder eine Maskenpflicht oder 2G oder was auch immer so, dann ist das ja schon relevant so und dann muss man schon gucken, was ist denn das Root-Problem? Und die Wurzel des Problems war nicht Corona, sondern die unausgestatteten Krankenhäuser und wenn das gleiche Krankenhaus auch im letzten Winter bei der normalen Grippewelle überbelegt war und das da schon an die Grenzen gekommen ist so, dann ist das schon relevant und dann ist das schon wichtig, weil im letzten Winter haben die uns dafür nicht eingesperrt und haben uns nicht Rechte weggenommen, haben uns nicht ausgegrenzt und gespalten, weißt du? Das ist schon eine wichtige Sache so. Aber da kannst du jetzt auch so viel, er hat dann da ganz viele schöne Fremdwörter mit eingebaut und Dichutomie und dies, das, blablabla, das rechtfertigt aber noch lange nicht, dass sie uns eingesperrt haben und uns diese Maßnahmen aufgezwungen haben, unberechtigt. So. Und das ist mein Statement, das bleibt doch so. Entweder merkt er es nicht oder, meine These, er realisiert, dass er argumentativ an seine Grenzen stößt und muss ausweichen. Final wird das durch sein eigenes Fazit des kurzen Austauschs deutlich. Ich habe schon eine gewisse Skepsis, aber mein Argument ist, dass das halt verschlimmert wurde dadurch, dass wir für zwei Jahrzehnte eine inkompetente CDU-SPD- Regierung gehabt haben, die halt nicht in Pflege und nicht in Krankenhäuser investiert haben. Okay, okay, okay. Also das rechtfertigt aber die Maßnahmen nicht. Weißt du? Das rechtfertigt nicht, dass Kinder eingesperrt werden, dass sie nicht mehr in die Schule gehen dürfen, obwohl die die am wenigsten, wie sagt man? Also man hat ja in den RKI-Dokumenten gesehen, dass die gar nicht krass dazu beigetragen haben, dass das Virus sich verbreitet und auch gar nicht gefährdet waren, so. Trotzdem hat man die eingesperrt. So, trotzdem hat man den Masken aufgezwungen und diese ganzen Sachen, so. Ist mir scheißegal, wer die letzten 10 oder 15 Jahre regiert hat, so. Es war einfach nicht gerechtfertigt. Das ist doch das Einzige, was ich den Leuten da mitteilen möchte. Weißt du? So. Und das wollen die Leute auch immer noch nicht wahrhaben und die schmeißen da mit irgendwelchen Fremdwörtern rum und versuchen sich das irgendwie wieder einzureden und gerade zu reden und ja, aber das ist aber dumm und das ist aber kein guter Vergleich und das macht keinen Sinn und der Bruder versteht einfach Wissenschaft nicht. Die haben uns verarscht, Bro. Die haben uns, die haben Wissenschaft geleugnet. Das steht mittlerweile fest. Wissenschaftler haben gesagt so, Lauterbach hat in der Öffentlichkeit gesagt so. So, die Corona-Maßnahmen waren gerechtfertigt. Mit dem Einsperren, mit den Lockdowns, mit den Kindern, mit dem nicht mehr zur Schule gehen. Das hat Gregor natürlich überhaupt nicht gesagt. Aber die Vehemenz, den Strohmann durchzudrücken, zeigt nochmals eindrücklich, dass Leon nur auf seinen vorgegebenen Bahnen klarkommt. Und wir stoppen an dieser Stelle die Zeile-für-Zeile-Analyse. Ich wollte hier nur eine Sache verdeutlichen. Über die Gründe dürft ihr meinetwegen ein eigenes Urteil fällen. Nee, ich komme nicht nur auf meinen Bahnen. Klar, ich bin auch ein Querdenker, Bro. Ich denke auch quer. Ich gehe ganz schnell auf andere Bahnen und auf die Bahnen und dann ziehe ich mir das rein und dann mache ich so, dann mache ich so. Also ich bin eigentlich schon jemand, der relativ open-minded ist so und sich gerne auch Argumente reinzieht. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht stimmt und wenn ich das Gefühl habe, dass das so versucht wird, zu rechtfertigen, was in der Zeit passiert ist, dann hake ich halt weiter nach und dann gehe ich halt weiter da rein, weil ich finde einfach, das muss aufgearbeitet werden. Und ich finde auch, dass wir uns alle mal endlich an die Nase fassen müssen und sagen müssen, okay, wir wurden hier verarscht. Egal, ob ich jetzt links bin, rechts bin, ob ich ein Politikstudent bin oder ob ich einer bin, der Zerstörungsvideos auf YouTube macht, so wir wurden verarscht. Und das steht fest. Und so. Und das müssen wir alle mal so sagen, weißt du? Damit die Jungs innen da oben auch mal das Gefühl bekommen, so kacke, Alter. Die ganze Gesellschaft hält gerade zusammen, weil wir die verarscht haben. Was selbst nach knapp fünf Minuten nicht zu leugnen ist, die Ebenen der beiden sind derartig verschieden, dass ein sachliches, fundiertes Streitgespräch von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Leons rhetorische Grobmotorik ist in Situationen angemessen. Rhetorische Grobmotorik. Ja, okay. Manchmal habe ich ein bisschen Sprachfehler und so. Gebe ich schon zu, ja. Wo vorsichtig gesagt, substanzlos vor sich hingeschrieben. Und auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme auch bei diesen Videos, bei diesen Talks mit diesen Leuten aus der Linkswalken Bubble, so, die dann versuchen, einen zu exposen und nicht richtig so ehrlich sind und wo ich nicht das Gefühl bekomme, dass die wirklich einfach ein, ja, einfach ein Gespräch auf Augenhöhe führen wollen, wo man sich gegenseitig zuhört und einfach halt Argumente austauscht und so. Ich komme damit nicht so gut klar. Ich bin da nicht der Beste, sage ich euch ehrlich. Aber daran hat Gregor kein Interesse. Somit muss Lovelock einen Themenwechsel einleiten. Und wir kommen endlich zum Kern meines Videos. Die Maßnahmen, weil die gibt's ja nicht. Es gab ja viele. Da waren manche gut und manche nicht gut. Manche nicht gut. Genauso wie mit dem Term die Wissenschaftler rumgeschmissen wurde. Es gibt nicht die Wissenschaft bei Jutsch da. Gibt's nicht. Ach ja, die Wissenschaft. Also, da sind wir jetzt da. Wir können ja kurz mal ein paar Basics festhalten. Hau mal raus jetzt. Um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, ist es notwendig, bestimmte Phänomene sorgfältig und systematisch zu beobachten. Im besten Fall wird durch das Ergebnis erklärt, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das fundamentale Werkzeug ist die sogenannte wissenschaftliche Methode, zu der vier Schritte gehören. Zunächst wird eine Hypothese aufgestellt. Ich vermute, dass der Stift auf den Boden fällt, wenn ich ihn loslasse. Dann folgen Beobachtungen. Ich lasse tausendmal, zehntausendmal den Stift los, er fällt jedes Mal auf den Boden. Anschließend kommt die Analyse. Kann man sich nach dem Experiment sicher sein, dass jeder Stift auf der ganzen Welt immer zu Boden fällt, oder nicht? Beleg nicht auf den Mund. Die Ergebnisse sind die Hypothese oder nicht? Wenn nicht, kann sie verworfen werden. Und wenn doch, wird es Zeit, dieses Ergebnis zu kommunizieren. Nur so erhalten andere Forschende die Gelegenheit, das Experiment nachzustellen und die Hypothese selbst zu testen. Führt ein anderer Wissenschaftler dieses Experiment jetzt in einem Raumschiff durch oder so, fällt der Stift nämlich nicht auf den Boden. Zwei dumme Ein-Gedanke. Das heißt, Welcher Mond? Welcher Mond? Oh shit. Stimmt, 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 welcher Mond? Diese Schlussfolgerung nicht mehr haltbar ist und angepasst werden muss. Im besten Fall nach zahlreichen Experimenten, die immer und immer wieder wiederholt werden, bildet sich ein Konsens heraus. Also, in dem Fall hier kenne ich zumindest keinen, der nicht an Gravitation glaubt. Oh, 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 da würdest du dich wundern, Digga. In Schwurbelkreisen gibt es auf jeden Fall den einen oder anderen Kandidaten, der diese Gravitation-Theorie anzweifelt. Warum auch, ne? Also, das Konzept ist so tief in unserer Intuition verankert, weil wir lernen ja bereits als Kind schmerzhaft, welche Kräfte wirken, wenn wir vom Fahrrad fliegen und so. Niemand würde die Gravitationstheorie anzweifeln. Ich schwöre, da gibt es Leute. Ich schwöre, da gibt es Leute. Echt jetzt, ich habe da schon mal was gesehen. Hier, einer im Chat sogar bei mir. Also, es gibt alles heutzutage. Es gibt alles. Da hat er jetzt aber gelogen, ne? Bruderherz, das ist aber jetzt nicht, das ist aber nicht korrekt. Du hast gesagt, niemand würde das anzweifeln. Gibt's? Gibt's? Die Theorie hinten dran, Majuts da. Theorie. Weißt du, was am Ende von Gravitation steht? Was steht hinter Gravitation? Die Theorie. Heißt das nicht, aber Gravitation stimmt doch, oder? Was weiß ich? Bin kein Wissenschaftler. Guck, da habe ich falsch reagiert, einfach dumm. Da hätte ich andere Sachen sein können, die intelligenter gewesen wären. Egal. Im Alltag wäre... Aber man muss ganz klar sagen, Wissenschaft funktioniert ja so. Es werden Theorien aufgestellt und die sind so lange gültig, bis jemand anders kommt mit einer neuen Theorie, die das widerlegt, was aktuelle Theorie ist. Deswegen heißt es ja Urknalltheorie. Deswegen heißt es Evolutionstheorie. Das sind Theorien, die aufgestellt wurden, die so lange gelten, bis ein anderer Wissenschaftler kommt und diese Theorie widerlegt. Und wer weiß, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Weißt du, das wissen die alle nicht. Aber es kann sich alles von einem Tag auf den anderen verändern. Das ist schon öfter passiert in der Geschichte. Es gab auch jetzt Wissenschaftler, die zum Beispiel Urknalltheorie angezweifelt haben und anscheinend mit einer besseren Theorie um die Ecke gekommen sind. Das passiert immer wieder, auch bei diesen Theorien, die für uns, seitdem wir geboren sind, Standard sind. Weißt du, oder schon seit Generationen Standard sind. Man weiß nie, wohin sich die Wissenschaft noch entwickelt in Zukunft. Das ist enorm stressig bis unmöglich und würde wahrscheinlich irgendwann zur Paranoia führen, alles anzuzweifeln, was wir nicht verstehen oder nachprüfen können. Ich zum Beispiel sitze gerade an einem PC, von dem ich, naja, nur so teilweise weiß, wie er funktioniert. Rieche noch ein wenig nach zertifizierter Sonnencreme in meiner von Stadtplanern, Architekten, Statikern, Elektrikern und so weiter als sicher deklarierten Wohnung. Vertrauen in Forschung, abseits unseres Wissensstandes, durchdringt jede Sekunde unseres Lebens. Solange unser Vertrauen nicht politisiert wird, bemerken wir es quasi gar nicht. Ein Problem entsteht allerdings, wenn eine konträre Meinung auftaucht. Jemand sagt jetzt, Oder wenn wir so krass vertrauen, dass wir gar nicht mehr darauf hören, was eigentlich richtig, also dass wir nicht mehr auf uns hören, sondern einfach nur vertrauen. Und so. So ist nämlich die Gesellschaft aufgebaut. Vertrau einfach, was die Autoritäten zu dir sagen. Milgram-Experiment, mal reinziehen. Wie weit Menschen bereit sind zu gehen, wenn eine Autorität sagt, es ist okay. 30er Jahre in Deutschland. Und, 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 und. Da gibt es einige Sachen, wo wenn du nicht mehr selber auf dich hören kannst und kein Gefühl mehr hast, kein Bauchgefühl mehr hast, nicht mehr verbunden bist mit Gott, dann bist du am Arsch. Weil die werden dir immer, ja, ich vertraue denen einfach. Die sagen schon das Richtige, die machen schon das Richtige. Wie viele Leute sind hier ungeimpft einzeln in den Chat? Zeigen wir es dem Jungen mal. Komm. Alle einzeln in den Chat, die ungeimpft sind. Die nicht dem vertraut haben, was die Autorität denen eingetrichtert hat. Und am Ende auf der richtigen Seite standen. So. Siehst du das oben? Das sind die Skeptiker, von denen du geredet hast. Angeblich paranoid, in Anführungszeichen. So. Ja, Bro. Und wir bleiben so. Ich liebe euch. Beispiel, dass das Wasser für deinen Kaffee kontaminiert sei und dich auf Dauer krank mache. Ob man das ernst nehmen solle, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Ein Indikator, auf den Leon ebenfalls verweist, ist der Lebenslauf. Zum Beispiel ein Doktortitel und die damit verbundene Expertise. Denn dadurch wird die Lücke zwischen Laien und Fachmännern recht deutlich klar. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel jetzt einen Dr. Wolfgang Wodak kennst. Der selber im Europarat Wodak, bester Mann, Digga, Liebe geht raus. Wo es um diese ganze Schweinegrippe-Geschichte ging damals. Und der den gleichen Abschluss hat wie der Drosten. Das sind Wissenschaftler, renommierte Wissenschaftler, Virologen, die schon mit Politik zusammengearbeitet haben bei anderen Viren, bei anderen Pandemien. Ich will gar nicht in die Technologie jetzt einsteigen, weil ich bin da nicht bewandert. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Biologe, ich bin kein Wissenschaftler. Ich kann das nicht so gut... Der ist ja gar nicht klargekommen hier. Der wollte gar nicht mit mir vernünftig reden. Hast du gesehen? Seine Kopfgewinnung ist... Klären wie jetzt Leute, die wirklich da drinstecken. So, weißt du? Und hier bin ich auf Leon's Seite. Wir haben eine begrenzte Lebenszeit und können nicht jede Meinung auf der gesamten Welt in Erwägung ziehen. Also jetzt mal abseits der Wissenschaft. Man trifft pro Tag ca. 35.000 Entscheidungen. Es läuft so automatisch, dass wir meist keinen Gedanken daran verschwenden. Skeptisch sein ist schön und gut, aber es gibt halt gesunde und ungesunde Skepsis. Dementsprechend würden wir Bedenken bezüglich des Trinkwassers intuitiv ernster nehmen, wenn es von einem renommierten... Warum zum Teufel wird das mit 2M geschrieben? Das liest sich falsch. Wenn es von einem renommierten Wissenschaftler deiner renommierten Behörde kommt, als von deinem Versicherungsvertreteronkel. Dennoch ist ein Doktortitel nicht... Aber was ist der Unterschied zwischen einem renommierten Wissenschaftler und einem nicht renommierten Wissenschaftler? Ja, der renommierte Wissenschaftler hat vielleicht ein paar Auszeichnungen bekommen, hat sich hier und da bei der Politik gut eingeschleimt oder bei anderen Leuten, bei Geldgebern und so und ist dann ein renommierter Wissenschaftler. Genug Wissenschaftler, die das gleiche Studium haben wie der renommierte Wissenschaftler und sagen, ey, guck mal, teilweise Trinkwasser, das, was aus dem Hahn rauskommt, ist nicht so geil für deinen Körper. Oder Zahnpasta mit Florid oder was auch immer so. Weißt du, da gibt es Wissenschaftler, die genau das sagen. So ist jetzt deren Aussage weniger wert, weil die keine Auszeichnung bekommen haben oder weil die jetzt sich nicht bei Politik eingeschleimt haben oder was auch immer so. I don't know, bro. Also ich bin da, ich bin da vorsichtig bei diesen Aussagen, weil dieses renommierte hin und her, boah, das ist doch immer so. Gefällst du dem Mainstream, biederst du dich an, dann bist du mehr Fame und dann hast du mehr Aufmerksamkeit. Das heißt aber noch lange nicht, dass dein Wissen krasser ist. Und das heißt noch lange nicht, dass dein Wissen krasser ist. Nur weil mehr Leute dich fühlen. Warum auch immer, das kann mehrere Gründe haben. Natürlich gibt es auch welche, die einfach krass intelligent sind und deswegen einen krasseren Status haben als andere, aber das kannst du nicht als Indikator dafür benutzen, ob irgendwas stimmt oder nicht. Wie gesagt, es gibt genug Wissenschaftler, die davon abraten, zu viel Wasser aus dem Hahn zu trinken. Weißt du? So? Automatisch zielführend. So relativieren Doktor Brett Weinstein und seine Frau Doktor Heather Haying in ihrem Podcast Dark Horse die Gefahr von Sonnenbränden. Auf Twitter warnt Heather davor die eigenen Kinder. Sucharit Bhakti war auch äußerst renommiert, wurde trotzdem in den Dreck gezogen. So, jetzt ist der nicht mehr renommiert. Geil. So, jetzt darf man nicht mehr auf den hören. Der hat zwar von Anfang an Recht gehabt, aber der ist jetzt nicht mehr renommiert, der ist jetzt nicht mehr bei ZDF, der ZDF, der ist jetzt nicht mehr so, der wird jetzt vom Mainstream nicht mehr eingeladen und nicht mehr erwähnt. So, jetzt ist der einfach nur noch ein Schwurbler, der nie studiert hat. So weißt du, also ich meine, what the fuck, bro. zu cremen, da es ihnen beibringe, Angst vor der Welt zu haben. Der natürliche Körper brauche die direkte Sonne und, na ganz unter uns, es wird sogar gesagt, Sonnenschutz mache unfruchtbar. Heather hat knapp 258.000, ihr Mann über eine Million Follower auf Twitter. Ihr Podcast 450.000 Subscriber, 2700 Patreons. Dr. Brett saß sowohl bei Alex Jones als auch einem Alex! Und ähnliche Exemplare wie die beiden gibt es natürlich mit weniger Reichweite auch in Deutschland. Man sieht also, der akademische Ritterschlag ist ein zweischneidiges Schwert. So ein Doktortitel kann leicht missbraucht werden und durchaus lukrativ sein, vor allem, wenn man viel Charisma mitbringt. In Deutschland allerdings, also manchmal braucht man nicht mal ein Funkencharisma. Dr. Wolfgang Wodag, da! Das heißt, die Friseursalons sind jetzt endgültig geschlossen, ja? Es reicht schon, sich als Doktor zu uns 0815-Bürgern herabzulassen und zusammen über Mainstream-Schafe zu schimpfen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel jetzt einen Doktor Wolfgang Wodag kennst, der selber im Europarat war, wo es um diese ganze Schweinegrippe-Geschichte ging damals, und der den gleichen Abschluss hat wie der Drosten. Europa-Ausschuss, glaube ich. Europa-Rat-Ausschuss, irgendwie so. Dieser Gestalten reicht eigentlich eine kurze Wikipedia-Recherche, um zu wissen, woran man ist. Ja, Digga, beste Quelle, Wikipedia, die werden die Wahrheit sagen. Vor allen Dingen nach dem, was die mit Wolfgang Wodag gemacht haben, nachdem sie ihn durch den Dreck gezogen haben. Also erstmal hat er nicht den gleichen Abschluss wie der Drosten und zweitens findet man in seinem Artikel so viele Red Flags. Zum Beispiel wusste ich bislang nicht, dass er Gerd Postel eingestellt hat oder von Alex Jones interviewt wurde. What the fuck? Wie jetzt? Was? Der wurde von Alex Jones interviewt? Mach keine Scheiße, Bruder. Alter. Jetzt wird der Wodag mir noch sympathischer. Ich muss mir ein Foto, ich muss mir ein Foto ausdrücken und das hier in den Hintergrund reinhängen. Sag ich dir so, wie es ist. Bin Fanboy geworden jetzt. Boah, Digga, Gänsehaut. Gänsehaut. Dr. Wolfgang, Wolfgang. Legendenshit, Bro. Alex Jones, Infowars. Bruder. Über Schweinegrippe. Okay. Haben wir schon eine nächste Reaction am Start. Und diese Schwachstin, Da ist er noch jünger, der beste Friese, ja? ...aussagen zu den Impfstoffen erst. Ich meine, wenn man sich das durchliest, dass es die gehen... Ach Gott, mein Corona-Video kommt erst im Winter. Egal. Jedenfalls zeigt eine simple Suche in fast allen Fällen, dass Dr. XY zur Forschung seit langem nichts mehr beigetragen hat und mit seinem Titel versucht, sich eine zweite Karriere aufzubauen. Ob Leon diese Red Flags ignoriert oder er sie nicht als solche erachtet, sei mal dahingestellt. Ich scheiße auf diese Red Flags, weil der Dr. Wolfgang Wodag war damals im Ausschuss drin, Schweinegrippe-Ausschuss, und hat dafür gesorgt, dass der Impfstoff nicht verimpft wird bei den Menschen und dass potenziell Menschen nicht Nebenwirkungen haben und dass die Pharmaindustrie nicht einfach so ihr Ding durchziehen kann und die Bevölkerung da mitmacht. Der hat sich damals dafür stark gemacht und war maßgeblich dafür verantwortlich, dass das nicht verimpft wurde. Es wurde leider schon verkauft und die Pharmaunternehmen haben ihr Parra damit schon gemacht, aber es wurde nicht verimpft. Und dafür, Dicker, liebe ich den Dr. Wolfgang Wodag und dass er die Eier hatte von Anfang an bei Corona mit mir zusammen und anderen Leuten seinen Maul aufzumachen und zu sagen, hört nicht darauf, was die euch erzählen, die wollen nur Geld machen und die verarschen euch. So. Und mittlerweile gibt es die RKI-Dokumente, die das krass backen. Deswegen Wodag, bester Mann. Für ihn gibt es ohnehin einen anderen Grund. warum alternative Wissenschaftler nicht ernst genommen werden können. Man hat immer nur gewisse Wissenschaftler eingeladen, die das unterstützt haben, was die Politik auch erzählt hat. Und dann wurde uns immer suggeriert, die Wissenschaftler, die Wissenschaftler sagen so und die Wissenschaftler sagen so. Und ich sag halt so, das kannst du nicht einfach so raushauen, die Wissenschaftler. Weil es gibt immer Wissenschaftler, die auch eine andere Meinung haben. Deswegen müssen wir eigentlich auch Wissenschaftler mit verschiedenen Meinungen einladen und reden lassen, oder? Warum die Argumentation Blödsinn ist, habe ich in der Daniele-Ganser-Analyse bereits erklärt. Und Gott sei Dank macht Gregor das hier selbst, sodass ich mich entspannt zurücklegen kann. Und jeder Style ist gut, wenn man ihn lebt, Digga. Pool Man, ich küsse deine Zielbedrüse. Danke für deine fünf verschenkten Subs. Ich brauchte mal ein bisschen gerade gute Vibes, positive Energy. Hast du mir gerade gegeben. Mit diesem Jeder muss das tun, was er amazing findet. Und deinen fünf Subs natürlich. Faust rein da jetzt. Los geht's. Langsläufig, wenn jetzt ein Konsens herrscht in der Wissenschaft, zum Beispiel Klimawandel. Es gibt einen ziemlichen Konsens, dass Klimawandel gibt. Sagst du. Dass der auch menschengemacht ist. Wenn du da jetzt eine Person hast, die diese Position vertritt und eine zweite Position, die sagt, nö, den gibt's nicht und das so 50-50 darstellst, dann betreibst du... Nee, Digga. Also es gibt auf jeden Fall einen Klimawandel, aber das vermischen diese Wokis auch immer so ein bisschen. Es gibt Klimawandel. Das Klima verändert sich, seitdem es die Erde gibt. Das ist offensichtlich so. Das sieht jeder und hat jeder mitbekommen. Das ist auch mal eine Eiszeit gehabt, etc. pp. So. Die Frage ist nur, wie viel der Mensch dazu beiträgt. Und da kannst du... Da gibt's auch nur Theorien drüber. Es gibt Wissenschaftler, die sagen so und es gibt Wissenschaftler, die sagen so. So. Und die renommierten Wissenschaftler, die vom Mainstream anerkannten Wissenschaftler, sind sich da anscheinend irgendwie einig, dass der Mensch einen extremen Einfluss darauf hat. Oder vielleicht ist es auch nur die Politik. I don't know. Vielleicht nutzen die das nur als Instrument, um uns wieder weiter einzuschränken, um uns zu sagen, dass wir aufhören müssen zu fliegen, keine Klamotten mehr kaufen dürfen, kein Fleisch mehr essen und diese ganzen Sachen so. Aber trotzdem selber noch mit Privatjet von Deutschland in die Schweiz fliegen, zu irgendwelchen Treffen. So. Weißt du, was ich meine? So. Das ist einfach die Frage. Und da streitet man sich. Da gibt's Wissenschaftler, die sagen, ja, der Mensch hat so und so einen Einfluss. Exactly. Dann gibt's Wissenschaftler, die sagen, der Mensch hat so und so einen Einfluss. Und es kann keiner von denen hundertprozentig beweisen, weil keiner von denen weiß, wie viel die Umwelt da auch noch mit rein spielt. Und ich bin überzeugt davon, Exactly. dass auf jeden Fall, wenn Gott will, die Natur verrückt spielen kann. Und dass wir auf einmal wieder 100 Jahre Eiszeit haben. So. Das ist möglich. Exactly. Und das kann auch sein, dass der Mensch damit nichts zu tun hatte. So. Nichtsdestotrotz, eine Sache will ich noch mit dazu sagen, die wichtig ist. Ich glaube, der Mensch sollte trotzdem anfangen, die Natur besser zu behandeln. Weil wir behandeln die Natur nicht so, wie die Natur behandelt werden sollte. Die Natur ist auch göttlich und wir treten auf der Natur rum. Wir behandeln die Natur wie Scheiße. Und wir behandeln auch Tiere wie Scheiße. Und wir denken, das steht unter uns. Weißt du? Stimmt aber nicht. Und da bin ich auf jeden Fall bei den Leuten, wenn die sagen, ey, Naturschutz ist sehr, 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 sehr wichtig. Wir müssen die Lebensräume der Tiere aufrechterhalten, etc. pp. Und dass die Unternehmen nicht mehr irgendwelche Chemie-Scheiße ins Wasser reinballern und irgendwelche Dschungels abroden, um irgendeine Scheiße zu machen mit dem, oder irgendwelche Dinge aufzubauen, irgendwelche Industriekomplexe oder irgendwie daraus Papier machen, etc. pp. So, weißt du? Da bin ich natürlich auch... Exactly. Bro, ich küsse doch euer Herz. Exactly, ihr den Mann hat da. Da bin ich doch natürlich auch derselben Meinung so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Politik dieses Klimawandel-Thema wieder benutzt, genauso wie es auch Corona benutzt hat, um dem Menschen ein schlechtes Gewissen einzureden, damit er denkt, er ist der Fehler und dann sich selber dafür einschränkt. Damit die Politiker die Menschen noch mehr und noch besser kontrollieren können. Das ist meine Befürchtung. Das war jetzt ein Riesen-Rent, aber so sehe ich das. Was ich False Balancing nennt. Dann stellst du zwei Meinungen dar, aber wovon eine halt deutlich belegter ist und deutlich vertretener ist als die andere. Leon versteht diese Abwägung, er versteht False Balancing. Dass er es aber nicht zulassen kann, liegt an einem tiefergehenden Verständnisproblem. Das sind jetzt die, das sind jetzt quasi die Wissenschaftler, die zugelassen werden, die das Narrativ unterstützen. Es gibt so viele Wissenschaftler, die sagen, dass es nicht so ist. Die werden halt nicht gehört. Das hast du ja in der Pandemiezeit gut gesehen, dass nur, wenn du jetzt bei Markus... Ich rede jetzt nicht davon, wer eingeladen wird. Ich rede jetzt von... Ja, aber das ist ja wichtig. Das steuert ja das Narrativ, was die Bevölkerung hört. Wenn im ZDF und ARD nur eine Seite präsentiert wird, was die Großteil von der deutschen Bevölkerung, gerade die älteren Leute, immer noch konsumieren und die gar nicht hören, dass es auch Stimmen gibt, die den gleichen Abschluss haben, wie der Typ, der da gerade sitzt und erzählt, die eine andere Meinung haben, aber diese Stimmen nicht gehört werden. Ja, dann ist das eine ganz klare Narrativbeeinflussung. Und heutzutage ist es halt extrem getrennt. Es wird nicht mehr zugelassen, dass Wissenschaftler auch außerhalb der vorgegebenen Narrative forschen und denken soll. Das stimmt ja gar nicht. Und sobald du das tust, dann wirst du gecancelt und wirst als verrückt dargestellt. Verstehst du, was ich meine? So, dann wirst du nicht mehr renommiert. Und das stimmt, das sind Facts. Leon differenziert nicht zwischen öffentlichen Auftritten und Forschung, Publicity und Wissenschaft, was zu einem Bruch im Gespräch führt, den man an folgender Stelle in Echtzeit mitverfolgt. Ja, aber das hat doch einen Einfluss, Digi. So. Wenn jetzt nur noch die Wissenschaftler eingeladen werden, die das politische Narrativ unterstützen, dann beeinflusst das die Bevölkerung doch. Und dann denkt doch die Bevölkerung, okay, das sind die Wissenschaftler, die sind sich alle einer Meinung. Weil die anderen Wissenschaftler von Anfang an diffamiert werden und gecancelt werden und nicht eingeladen werden. So. Die eine andere Meinung haben. Und die werden dann auch nicht mehr renommiert. Das, was du vorhin gesagt hast. Wir sollen ja nur auf die Renommierten hören. Aber die können gar nicht renommiert werden, weil das Querdenker sind. Schwurbler sind irgendwelche Leute, die verrückt sind. The fuck? Einen Wissenschaftler einladen, der für die breite Mehrheit spricht und dann einen, der für eine absolute Minderheit spricht und dann so tun, also wären das gleichwertige Ansichten. Was denkst du denn, was passiert wäre, wenn man den Typen eingeladen hätte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und der hätte erzählen dürfen? Dann hätte es aber ganz schnell geswitcht mit der absoluten Mehrheit. Dann wären nämlich die meisten Leute auf seiner Seite wahrscheinlich gewesen. Nein, nein, nein. Ich rede jetzt in der Wissenschaft. Ja, ich rede auch von der Wissenschaft. Nein, Leon, du redest nicht von der Wissenschaft. In der Wissenschaft ist es scheißegal, wer bei Lanz sitzt. Forschung wird dadurch vorangetrieben, dass Studien basierend auf der wissenschaftlichen Methode durchgeführt und veröffentlicht werden. Aber der Typ, der bei Lanz sitzt, der kriegt mehr Publicity und wird geldmäßig besser unterstützt, weil er renommierter ist und kann dann weiter seine Forschung auf einem anderen Level betreiben und wird mehr anerkannt als der andere, der nicht eingeladen wird. Das hängt eins zu eins miteinander zusammen so. Die werden doch auch finanziert, die JungsInnen. So, hä? Wer Resultate widerlegen will, der setzt sich nicht zu Lanz, sondern der stellt eine eigene Hypothese auf und versucht, sie mit einem eigenen Paper zu beweisen. Die Kommunikation zwischen Meinungen und Gegenmeinungen findet, wobei das eigentlich auch schon ein falscher Begriff ist, aber also diese Kommunikation zwischen den wissenschaftlichen Ansichten, die konträr sind, die findet quasi im stillen Kämmerlein statt. Das Narrativ ist scheißegal, es geht hier schlicht um Empirik. Die Wissenschaft findet sich selten in der Öffentlichkeit wieder. Wir kennen vielleicht ein bis zwei Querschräger, die sich mehr oder weniger gut auf beiden Ebenen bewegen. Und auch wenn sie teilweise verschiedene Schlüsse aus der Forschung gezogen und der Politik präsentiert haben, würde sich keine dieser durchaus streitbaren Persönlichkeiten einem Wodag anschließen. Von den zahlreichen anderen Forschern, deren Namen keine Sau kennt, ganz zu schweigen. Warum wohl? Weil der Konsens sich gegen den armen Wolfi verschworen hat? Oder weil der Konsens sich aus der Wissenschaft ableitet, mit der die wirklichen Wissenschaftler tagtäglich zu tun haben? Die Wissenschaft agiert auf der Ebene, die du nicht unmittelbar auf Instagram und TikTok wahrnimmst. Du siehst diejenigen, die in der Wissenschaft keine Rolle spielen, die verbittert bei klickgeilen YouTubern oder Podcastern sitzen und darüber rumheulen, dass sie von der Wissenschaft nicht ernst genommen sind. Boah, das ist crazy. Ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen, aber ich habe schon eigentlich viel dazu gesagt. Ich glaube, er will auch diese Seite nicht verstehen. Also, ist doch alles schön und gut so. Aber du musst doch einfach, was ist das Endresultat? Das Endresultat ist, dass die breite Masse der Bevölkerung diesen Leuten, Wissenschaftlern, vertraut, die mehr renommiert sind. Wie er selber gesagt hat, die mehr in diesen Sendungen sitzen, die sie sich reinziehen im ZDF, ARD, etc. pp. Und auf die hören. Die hören auf die und die lassen sich dann impfen und die spielen dann mit. So. Und das ist ganz klar, das ist ganz klar, nicht die ganze Palette zeigen. So. Ich will alle Wissenschaftler sehen. Ich will beide Speck, ich will einen von der Seite sehen, der dieser Meinung ist und ich will andere sehen, die eine andere Meinung haben. So. Und dann will ich als Mensch meine eigene Entscheidung treffen, was ich dann tue. Darum geht es doch im Endeffekt. Mir geht es gar nicht darum, wie die Wissenschaft innerhalb der Wissenschaft da, wie die da ihr Ding machen und wer da compitet miteinander und ob die öffentlich sind oder nicht. Aber wichtig ist doch, was kommt beim Volk an? Was kommt beim einzelnen Bürger an? Und der einzelne Bürger wurde halt einfach beeinflusst in eine gewisse Richtung rein. und am Ende hat sich herausgestellt, dass diese Wissenschaftler, die eingeladen wurden, einfach nur, dass die teilweise Dinge erforscht haben, dass die teilweise Sachen gesagt haben, die nicht mit dem einhergehen, was zum Beispiel so ein Robert-Koch-Institut erforscht hat eigentlich. Einfach um das Narrativ zu unterstützen, um die Leute weiterhin in dieser Angst und in dieser Panik zu behalten, sich impfen zu lassen und sich einzusperren und diese ganzen Sachen. Das ist doch alles rausgekommen, Digi. Das ist doch alles jetzt mittlerweile rausgekommen. Ich weiß gar nicht, über was wir diskutieren, Dicker. Und ich finde das krass, dass der den Scheiß verteidigen will hier auf Krampf. Und dass er so einen Wolfgang Wodak jetzt als so einen schlechten Menschen darstellt, der einfach nur Fame suchen will. Vielleicht ist es einfach ein Wissenschaftler, der noch ein Herz in der Brust hat, der sich sagt, ey, ich gebe jetzt alles dafür und versuche so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit dem, was meine Meinung ist, damit die sich nicht dieses Genexperiment reinziehen und damit die eventuell in Zukunft noch gesund sind, Digi. Weißt du, was ich meine? Dabei würde man sie ja ernst nehmen, wenn sie statt über Wissenschaft zu reden, Wissenschaft betreiben würden. Aber natürlich halten Alternativwissenschaftler großen Abstand davon, richtige Studien durchzuführen. Denn das würde ja erstens Arbeit bedeuten und zweitens würde schnell rauskommen, dass es einen Grund gibt, warum der Konsens ist, wie er halt ist. Wobei die Hybris dieser Möchtegern Galileus auch mal exquisite Resultate hervorbringt. Nehmen wir mal nach. Aber nimm doch einfach mal jetzt das Beispiel Corona. So der Konsens war, dass eine Impfung gegen Ansteckung und Weiterverbreitung hilft. Das haben die uns erzählt. Obwohl die im RKI schon wussten, dass es nicht stimmt. Und Wissenschaftler haben uns das erzählt. Osten, Spahn und Lauterbach. Die haben uns das erzählt. Die haben gesagt, ist so. Und die haben uns auch gesagt, ist nebenwirkungsfrei. Und am Ende ist rausgekommen, dass die gelogen haben. So als Fans meines Channels erinnert ihr euch sicher an diese eine Studie, die das Narrativ brechen sollte. Horsey hat eine Menge Kohle dafür bekommen, den Konsens wissenschaftlich zu brechen. Was dabei rausgekommen ist, habt ihr hoffentlich nicht vergessen. Also ich könnte mir persönlich diese Simulationen echt jeden Tag anschauen. Wie kann man sowas beöffentlichen? Wenn gute Wissenschaftler sich nicht dem Narrativ anpassen und es schaffen, experimentell den Konsens zu widerlegen, dann stehen ihnen, im Gegensatz zu Leons Annahme, alle Türen offen. Nur leben wir halt nicht in einem Hollywood-Film. Und Forschung gegen das Narrativ endet halt in 99,99999% der Fälle so. Um auf Gregor und Leon zurückzukommen, weder Wodak noch Bhakti haben je eine Studie durchgeführt, um ihre komischen Thesen empirisch in Stein zu meißeln. Obwohl sie rein geldtechnisch durch ihre Märtyrer-Publicity genug Ressourcen angehäuft haben müssten und eine riesige Plattform besitzen. Und es ist rausgekommen, dass sie von Anfang an recht hatten und dass Drosten und Co. gelogen haben. The fuck, bro? Da muss man noch gar nichts mehr zu sagen eigentlich. Lad dir die LKI-Dokumente runter und zieh es dir selbst rein. Ich frage mich echt, warum das so ist. Aber zurück zum Thema. Leon hat zum Glück einen Mechanismus, um sich selbst davor zu schützen, einzugestehen, dass seine Idole heutzutage absolute Loser sind. Du musst halt schon einen qualitativen Unterschied machen zwischen einer Studie und einem Telegram-Post. Also wenn du sagst, du nimmst... Glaub keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast, mein Jutsch da. Lass mir das halt nicht vom Wissenschaftlern sagen, was die Basis ist. Schau her, wenn wir uns... Weißt du? Weil die Wissenschaftler heutzutage nur noch Wissen schaffen und gekauft sind. Wenn wir die systematische... Also es ist jetzt nie so, dass vielleicht mal ein Unternehmen, vielleicht mal den ein oder anderen Wissenschaftler oder die ein oder andere Studie mit Geld beeinflusst hat, weil die das Produkt unbedingt auf dem Markt haben wollten. Also du glaubst nicht, dass irgendwelche anderen Einflüsse noch von außen die Wissenschaft quasi... Das habe ich nie gesagt. Darauf wäre ich noch gekommen. ...invoktrinieren können oder sich da reinkaufen können. Ja, klar. Glaubst du nicht, dass sowas überhaupt möglich ist? Nein, doch, glaube ich voll. Es gibt sehr viel Und deswegen muss man auch bei Wissenschaft halt skeptisch sein. Okay, Leon vermischt hier wieder viele Dinge. Also Schritt für Schritt. Natürlich sind wissenschaftliche Institute von Spenden und so weiter abhängig, die natürlich nicht hundertprozentig unpolitisch sind. Natürlich gibt es Lobbyismus. In einer perfekten Welt hätte die Forschung ohne Geldgeber unendlich viele Ressourcen. Ja. Aber wir leben halt in der Realität, in der sich angepasst werden muss. Es ist also wichtig, die Spender im Hinterkopf... In der Realität, in der sich angepasst werden muss. Erinnert mich an das Video konformiert, an das Konformitätsvideo, Deus bisschen, ne? ...haben und mit einfließen zu lassen in die Analysen und die Daten unabhängig davon zu bewerten. Und die Daten, die sind bei öffentlichen Papers glücklicherweise einsehbar und können nachvollzogen werden. Dieser publizistische Aspekt, diese Transparenz, gehört nämlich auch zu der Wissenschaft dazu. Es war auch, anders als... Ich mach bisschen schneller, Girls Fellas, oder? ...als Leon meint, nie einfacher, Papers in den Umlauf zu bringen. Auf Websites wie Free Archive und so können Preprints hochgeladen werden, die, wenn sie vielversprechend sind, aufgekackt werden. Exactly. Im Social Media-Zeitleiter vor allem. Da verbreitet sich das wie eine Krankheit. Wie Corona. Bei solchen Argumentationen muss ich irgendwie immer an Bela stinken. Die Illuminaten sind schuld, dass er keine Musik releasen kann. Man, da soll die Schnauze halten. Jeder Typ kann bei Spotify seine Musik hochladen und dann bekommst du Klicks. So, sein Problem ist einfach nur, er kann nicht rappen. Er macht keine gute Musik. Ja, jetzt ist es halt der Unterschied, ob du sagst, ja, ich nehme den Bias, der anhand der Finanzierung stattfindet, in Kauf und bewerte die Methodologie der Studie unabhängig davon. Das muss man machen. Leon impliziert mit seinem Querdenk-Kalenderspruch natürlich etwas darüber hinaus, dass Forschungsergebnisse falsch in Studien niedergeschrieben werden. Aber wie bereits angeführt, das regelt in den besten Fällen der wissenschaftliche Markt. Sollte eine Studie im Verdacht stehen, kompromittiert zu sein, können sich tausende Wissenschaftler direkt darauf stürzen und den Scharlatt. Das ist halt, also, er ist halt, wir sind halt voll weit voneinander weg, ne, wir haben uns halt auch schon sehr viele Videos reingezogen von damals, wie das alles so mit der Medizin gelaufen ist, ne, und, und, und wie da gewisse Leute, einfach auch gewisse Mediziner, die natürliche Ansätze hatten, extra aussterben lassen haben, so, weißt du, und das natürlich auch aus Gründen. Deswegen, ich bin halt leider überzeugt davon, dass, wenn wir jetzt in die Medizin zum Beispiel reingehen, dass da sehr viel Unfug getrieben wird, weißt du, von Firmen, die Geld machen wollen. Und das ist deren Hauptziel. Es geht gar nicht mehr darum, Menschen gesund zu machen. Es geht gar nicht mehr darum, Menschen wirklich ganzheitlich zu heilen und an den Ursprung zu gehen, weißt du, es geht diesen Leuten heutzutage mehr darum, Geld zu machen und die Machtposition beizubehalten. Und es streut sich halt in alle Bereiche, in Medizin, in viele verschiedene wissenschaftliche Bereiche, in Geschichte, in Historik, in so vielen verschiedenen Sachen. Es ist halt einfach traurig. Ich finde es selber auch traurig, weißt du. Aber es ist halt einfach so und es ist zu oft schon rausgekommen, dass du halt einfach der Wissenschaft nicht mehr zu 100% vertrauen kannst, weil da sehr viel Unfug getrieben wird und da sehr viele Interessen mit verwickelt sind. Politische Interessen, Machtinteressen, finanzielle Interessen. Da geht es nicht einfach nur um Forschung. Da geht es nicht einfach nur darum, die Wahrheit rauszufinden und den Menschen zu helfen. Da geht es nicht mehr drum leider. Und es ist traurig. Ich finde es selber traurig. Aber das dann hier so hinzustellen, als ob das alles gut läuft und als ob man sich immer unterordnen, also als ob man immer allen vertrauen muss, was von der Wissenschaft kommt und sich immer unterordnen muss und immer schön seine Schnauze halten muss und sich immer anpassen muss. Das stimmt halt einfach nicht so. Es funktioniert nicht, weißt du. Wenn du wirklich wahrhaftig leben willst, musst du sehr kritisch sein in der heutigen Zeit, weil sehr viel Scheiß beeinflusst ist. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Du kannst dagegen nichts sagen. Das sind Facts. ...exposen, indem sie zeigen, dass gewisse Rechnungen oder Ergebnisse keinen Sinn ergeben. Ich meine, ihr wisst, wie viel Geld die Ölindustrie besitzt. Könnte man sich so easy peasy in die Wissenschaft einkaufen und Ergebnisse fälschen, wäre der CO2-Konsens wohl kaum so überwältigend. Aber natürlich gibt es solche Versuche, also nicht nur von Housey, sondern auch in der Medizin. Ich hatte mich 2021 ziemlich doll mit der Kontroverse um Ivermectin, ein vorgebliches Covid-Wunderheilmittel, befasst. Auch dort wurden Studien gefälscht und es war teilweise mindblowing, dass selbst Laien wie ich nach ein paar Stunden sehen konnten, dass einfache Rechnungen nicht aufgingen oder ganze Reihen fiktionaler Probanden in einer Excel-Tabelle copy-pasted wurden. Dr. Gideon Meyerowitz-Katz hat dazu tolle Artikel geschrieben. Falls jemand Interesse hat auf dieses, äh, auf dieses Rattenloch oder wie das auch immer heißt, ich verlinke euch was in den Quellen. Das Paradeexemplar für Fake-Wissenschaft ist Dr. Andrew Wakefield, der, um seine eigenen Impfungen zu vertreiben, eine Studie durchgeführt hat, laut der die etablierte Kombination von Masern, Mumps, Röteln, auch genannt MMR-Impfung, bei Kindern zu Autismus führe. Wie hart bei dieser Studie getrickst wurde und welche Konsequenzen Wakefields Lügen in England hatten und eigentlich auch auf der ganzen Welt, hat der YouTuber H-Bomberguy perfekt aufgearbeitet. Den Channel solltet ihr euch generell angucken. Er macht so ähnliche Sachen wie ich, nur tausendmal besser. Whatever. Leons schwammiges Gefasel zur Käuflichkeit der Wissenschaft weiß Gregor sogar mit einem persönlichen Beispiel zu kontern. Weil du gesagt hast, es darf nicht hetero, äh, heterodox gedacht werden. Der Institutsleiter, Es darf schon, aber du kriegst dann kein Geld, kriegst dann kein Forschungsgeld zur Verfügung, die hört keiner zu, du wirst nicht zu Talkshows eingeladen. Google einmal Ulrich Brandt. Ulrich Brandt ist der Chef von unserem Politikwissenschaftlichen Institut, ist ein Marxist. Das ist ein offener Marxist, der sagt, wie schlimm der Kapitalismus ist und dass alle Unternehmen auf der Welt schuld sind an der imperialen Lebensweise, an unserem Klimawandel. Der ist ein Dissident, ist ein Antikapitalist. Er ist der Chef von unserem... Was heißt da das Hetero, das irgendwie Abweichende? Sind alle jetzt in der Wissenschaft Marxisten? Nein, natürlich nicht. Unterschiedliche Meinungen in der Wissenschaft sind repräsentiert. Die sind auch offen, die schreiben darüber Papers. Die sind angestellt von der staatlichen Universität, die kein Interesse daran haben sollten, dass Anarchisten von ihnen gefördert werden. Und doch tun sie es, weil es doch eine wissenschaftliche Freiheit gibt, die tief im Grundgesetz verankert ist. Gewisse Freiheitsrechte sind in der Demokratie doch wichtig. Und die Freiheit der Wissenschaft ist eine davon und ich kann das einfach nicht so stehen lassen, dass du so tust, dass in der Wissenschaft das alte Schlafschaffe sind. Nein, das stimmt doch nicht. Da hat er recht. Jeder darf forschen an, was er möchte so. Aber es ist doch dann die Frage, wer wird gepusht? Mann, Digga, wenn du jetzt ein Wissenschaftler bist, der alternativ forscht, ne? Und der, keine Ahnung, irgendwelche Dinge beweisen will, die für die meisten Leute vielleicht crazy sind, die das Narrativ nicht unterstützen, etc. pp. Dann kann man den aushungern lassen, dann kann man den nicht einladen, dann kann man den keine Publicity geben, dann kann man den seine Geldquellen irgendwie beeinflussen, das ist alles möglich so. Und wenn der Staat zum Beispiel merkt, ey, da gibt es zu viele Wissenschaftler, die forschen gerade an so einer Sache hier, die könnte eventuell für uns gefährlich werden, schränkt die mal ein, macht die mal leise, stellt die mal still, dann ist das möglich. Dann kann der noch weiter forschen innerhalb der Wissenschaft, aber dem seine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wird keiner sehen, die wird keiner mitbekommen, weil die nicht gepusht werden. Das ist doch, weißt du, was ich meine? Ich sag ja nicht, dass die ganze Wissenschaft gelogen ist. Ich sag nur, dass es auf jeden Fall in ein paar Bereichen, nicht in allen Bereichen, dass es in einigen Bereichen Wissenschaftler gibt, die eigentlich an heftigen Sachen forschen, vielleicht Krebsforschung oder so Nikola Tesla damals, freie Energie und diese ganzen Sachen und die forschen an Dingen. Wenn diese Dinge funktionieren würden, dann würden ganz viele Unternehmen und Lobbys kein Geld mehr verdienen. So. Und dann würde es vielleicht in manchen Bereichen keine Knappheit mehr geben und dann könnte man dem Volk nicht mehr eintrichtern, ey, guck mal so und so und so. Weißt du? Und dann wird das unterdrückt, dann werden die Menschen ausgehungert, dann sterben die alleine wie Nikola Tesla irgendwann in ihrem Hotelzimmer und deren ganzen Projekte werden übernommen von irgendwelchen anderen Leuten und weißt du, dann wird damit Geld gemacht, obwohl der eigentlich für die Menschen geforscht hat. Das ist doch das Einzige, was ich sagen möchte. Nicht alle. Da Leon merkt, dass er auch hier wieder an seine Grenzen stößt, wechselt er das Thema zur Standardkapitalismuskritik. Und wenn ich heute sehe, wie die Pharmakonzerne die Medizin eigentlich komplett übernommen haben und dass die Ärzte sich gar keine Zeit mehr richtig nehmen können für die Patienten, wenn sie noch vernünftig wirtschaften wollen und so. Mensch Leon, jetzt könnte man sich ja mal fragen, welchen Parteien der Inhalt deines Channels komplett in die Karten spielt. Denen, die den Sozialstaat ausbauen oder denen, die ihn aushöhlen und privatisieren wollen. Scheiß auf Parteien, ich mach das nicht wegen irgendwelchen Parteien. Ja, differenziertes Denken nervt, wenn es der eigenen Ideologie im Weg steht. Dann lieber unkonkret bleiben. Ich sag doch nicht, dass es unterwandelt ist, aber ich geh mit einem kritischen Geist daran, wenn ich mir eine Studie durchlese, wenn mir irgendein Wissenschaftler im Fernsehen irgendwas erzählen möchte. Weißt du, was dann das Relevante ist? Dass du mit dieser Skepsis etwas Gutes machst. Und dieses Gute machen wird zum Beispiel dich informieren und die Studien lesen, die die Leute referenzieren. Ja, ja, Digga, das stimmt hier. Ich hab da noch nie Streifen am Himmel gesehen. Ich bin hier nach Deutschland angekommen und der ganze Himmel voll gesprüht. Der ganze Himmel voll gesprüht. Sorry, muss ich kurz sagen, Alter. Ich bin hierher gekommen und ich hab überall die Streifen gesehen und wie sich daraus Wolken gebildet haben. Das hab ich in Mexiko nicht einen Tag gesehen. Doch, einmal hab ich's gesehen. Nennt mich ein Schwurbler, nennt mich ein Verschwörungstheoretiker, aber ich geh davon aus, dass die extrem das Wetter manipulieren. Ja? Und dieses Gute machen wird zum Beispiel dich informieren und die Studien lesen, die die Leute referenzieren und dir vielleicht Wissen aneignen, um diese Studien zu interpretieren. Das wär halt das Wichtige. Und wenn du das tatsächlich ehrlich machst... Woher willst du denn wissen, dass ich mir keine Informationen aneigne oder mir Dinge durchlese und auch offizielle Sachen und Studien... gesehen habe oder berichte davon und so? Woher willst du das denn alles wissen? Naja, Leon, deine Aussagen zu Corona und die Studienlage widersprechen sich nun mal deutlich. Außerdem listest du Studien nicht ohne Grund im selben Atemzug mit Artikeln oder allgemeinen Informationen auf, oder? Ich meine, natürlich kommt hier keine substanzielle Kritik. Ganz neutral und objektiv gesehen. Weder weiß Leon, wie eine Studie aufgebaut ist, noch könnte er die Ergebnisse einordnen. Sonja hat recht, warum rechtfertigst du dich eigentlich? Ja, ich weiß. Keine Ahnung. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Dosenmeißig küsst dein Herz. Danke für deine fünf verschenkten Subs. Du hast recht, ich sollte mich eigentlich gar nicht so krass rechtfertigen, aber es liegt mir dann so ein bisschen am Herzen so, ne? Auch das, was er jetzt hier gerade sagt. Ich habe studiert, weißt du? Ich habe wissenschaftlich gearbeitet, ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben. Natürlich weiß ich, wie man Studien liest, wie man die einordnet und wie man die Ergebnisse liest. Natürlich weiß ich das, Bro. Ich finde, das eine hat auch mit dem anderen gar nichts zu tun. Die versuchen mich halt immer als so einen dummen Idioten hinzustellen, der überhaupt gar keine Ahnung hat. Und dann ist es halt easy. Dann kann man einfach sagen, ja, der ist dumm. Der weiß nicht, wie das Leben funktioniert, aber ich bin halt auch einer so Studien hin oder her. Ich versuche halt auch immer das größere Bild zu sehen. Ich habe halt schon sehr viel gesehen. Ich habe mich mit sehr vielen Sachen beschäftigt und ich habe gesehen, wie viel wir verarscht und belogen werden. Und deswegen versuche ich, meine Perspektive anzunehmen, ein bisschen rausgezoomt von oben. Und stelle mir einfach vor, wie könnte es sein? Wo könnten sie uns überall verarschen? Gehen wir da mal in das Thema rein? Gucken wir da mal rein? Gucken wir mal hier? Gucken wir mal da so? Weißt du? Und wenn du das tust, dann wirst du halt merken, dass du in ganz vielen Stellen angelogen wurdest. Und dann fängst du halt an, skeptisch zu sein und Dinge zu hinterfragen. Und das machen wir hier. Und das ist nicht böse und nicht schlimm. Das ist einfach, das ist auch wichtig, finde ich. Weil es gibt nicht mehr viele, die sich das trauen. Wisst ihr, das Traurige an dem ganzen Gelaber ist ja, dass es so, so viel berechtigte Kritik an der Wissenschaft gibt. Man könnte darüber sprechen, dass Meta-Analysen durch das selektive Einbinden und Ausschließen von Studien verzerrte Endergebnisse hervorbringen. Über Garbage in, Garbage out. Man könnte über die Replikationskrise sprechen. Dass zahlreiche Ergebnisse und Studienresultate selbst in Peer-Reviewed-Journals veröffentlicht wurden, ohne dass sie je wiederholt werden konnten. Zum Beispiel, indem man nachträglich so lange an den Probanden rumdoktort und unpassende Findings ausschließt, bis das Vertrauensintervall darauf schließen lässt, die Resultate seien nicht durch Zufall entstanden. Nennt sich Peer-Hacking. Man könnte darüber sprechen, dass die Finanzierung von Wissenschaften so schlecht ist, dass Forscher sich quasi dazu gezwungen fühlen, derartige Techniken zu nutzen, langweilige Resultate unter den Tisch fallen zu lassen und sich brisanten Ergebnissen zu widmen. Man könnte darauf verweisen, dass populäre Wissenschaftler auf diesen dubiosen, nicht replizierbaren, aber trotzdem von renommierten Zeitschriften veröffentlichten Studien ein Geschäftsmodell aufbauen, das unter anderem dazu genutzt wird, Supplements und so weiter zu verkaufen. Man könnte sich mit dem Open Science Movement befassen, über die Forderung, Studien von Anfang an zu registrieren, um Missbrauch vorzubeugen, über die Tücken der Peer-Review, die Notwendigkeit von doppelblinden Studien und so weiter und so fort. Ist halt nicht mein Metier, ist halt nicht mein Bereich, weißt du? Ich bin hier für die Menschen und wir wurden verarscht in der Corona-Zeit. Ganz klar, das bewiesen. RKI-Dokumente. Damit könnte man sich auch beschäftigen. Warum sagt ihr nichts dazu? Ich meine, das Video ist ja jetzt erst rausgekommen heute, ne? Ja, genau. Also warum sagt der nichts dazu, dass wir da ganz klar hinters Licht geführt wurden und dass ganz klar Wissenschaft sich zurechtgebogen wurde und die Politik uns angelogen hat. Ich finde das halt gerade ein bisschen wichtiger, weil das ist eine Sache, die muss aufgearbeitet werden, weil das nächste Ding wird um die Ecke kommen. What the fuck? Ich möchte euch hierzu einfach ein Buch empfehlen. Gibt's leider nicht auf Deutsch, aber ich glaube, er macht das auch extra. Der haut einfach irgendwelche tiefen wissenschaftlichen Themen raus, mit denen er sich anscheinend gut beschäftigt hat. So gebe ich ihm auch Props. So, da ist er tiefer drin als ich. Diese ganzen Sachen, die er da teilweise aufzählt, da habe ich keine Ahnung von. Aber die offensichtlichen Sachen, die spricht er halt nicht an. Also er macht das auch ein bisschen, glaube ich, um so ein bisschen Nebel zu erzeugen. Weißt du? So einfach wissenschaftliche Begriffe rumschmeißen, irgendwann ein paar bisschen kritisch sein Wissenschaft gegenüber, aber diese wirklich heftigen Sachen, wo wir wirklich von vorne bis hinten verarscht wurden und wo wir wirklich auch drunter gelitten haben und wir noch Jahrzehnte damit zu kämpfen haben werden, was so psychische Schäden da in den Kids ausgelöst wurde und diese ganze Scheiße so, das lässt er einfach mal hinten runterfallen. Und so. Und das ist halt crazy. Das ist jetzt nicht super schwierig geschrieben, keine Angst. Also Science Fictions von Dr. Stuart Ritchie aus Schottland, der übrigens auch Kritik an einigen Corona-Maßnahmen in England geübt hat, aber pssst, nicht verraten, das ist ein Systemwissenschaftler. Aber natürlich hat der Wissenschaftsliebende keine Ahnung von diesen Begriffen, von den Diskussionen und den legitimen Kritiken. Für Leon Lovelock ist Wissenschaft Theater. Seine Liebe eine Ästhetik, ein Vorwand, um seinen Verschwörungstheorien einen legitimen Anstrich zu geben. Das fehlende... Die Wissenschaft... Jeder muss das tun, was er amazing findet. Losenmeiß, ich küsse dein Herz. I love you, man. Vieles von dem Shit ist halt Theater leider. Weißt du? Vor allen Dingen das, was wir präsentiert bekommen. Das ist meine persönliche Meinung so. Wenn es um wichtige Themen geht, wie zum Beispiel diese Corona-Geschichte oder so, wo halt die ganze Welt beeinflusst ist, so. Das war ein Theaterspiel. Wir wurden verarscht. Von vorne bis hinten. Genauso wie die Politik auch, meiner Meinung nach, zum großen Teil einfach ein Theaterspiel ist so. Ja, ist so. Gierig und mangelnde Kenntnisse ihnen beim Verhältnis zur Wissenschaft im Wege stehen, lässt sich bei der One-Man-Show im Streaming-Zimmer zum Glück einigermaßen maskieren. Dort kann er sich ohne Probleme selbst belügen. Also es war schon vor 40 Jahren heiß im Sommer. Auch vor dem Klimawandel quasi. Die 40-Grad-Marke wurde in den letzten Jahren viel häufiger erreicht als noch in den 50er, 60er und 70ern. Das ist entscheidend und nicht, dass einmal in den 70ern die 40-Grad-Marke berührt wurde. Ja, nee, ist klar, Bro. Ab in den Klima-Lockdown, mein Jutsai. Ich hoffe, du bist nicht draußen. Bei 17 Grad und Regen, ne? Fährlich. Bleib zu Hause. Und schön eincremen. Auch bei Regen. NPC in den Mann. Aber wenn jemand wie Gregor und los bei ihm sämtliche vegane Butter vom Brot nimmt und mit seinen Widersprüchen konfrontiert, kickt die kognitive Dissonanz. Und das Thema muss schnellstmöglich gewechselt werden. Ich will jetzt erstmal, ich will einfach von diesem Thema kurz weg. Ich will jetzt wissen, warum du nicht... Wir gehen von allen Themen nicht mehr weg, wenn ich was erklären will. Nein, du willst die ganze Zeit auf deinen komischen Themen, wo du da Politik... Ab in den Klima-Lockdown, meine Jutsen, Digga, ne? Habt ihr gesehen? Heute. Regen gewesen, 17 Grad. Hoffentlich schön eingecremt, Digga. Und morgen in den Lockdown. Ruf bei der Arbeit an, sag ich kann nicht raus, Sonne ist zu stark. Wissenschaft studiert das und soll jetzt darauf hängenbleiben. Ich will wissen, warum du nicht an Gott glaubst. An sich ist es nach der Hälfte des Gesprächs ein kluger Schachzug von der physikalischen auf die metaphysische Ebene zu wechseln. Aber obwohl er sich jetzt auf vertrautem Terrain befindet, schießt sich Leon auch hier ins Knie. Und wie so oft, krankt es bereits an der Ausgangsprämisse. Die Wissenschaft heutzutage ist so konträr mit Spiritualität. Als ich das hier in meinem Recherche-Livestream, der auf meiner Patreon-Seite verfügbar ist... Ich sag ja nur, man könnte sich ja bei Patreon anmelden und mich unterstützen. No. Also als ich das da gehört hatte, habe ich folgendermaßen reagiert. Also erstmal möchte ich sagen, Wissenschaft ist nicht konträr mit Spiritualität, weil Spiritualität, so wie ich sie verstehe, heißt in sich geschlossen sein, dass man sich Ruhe nimmt, dass man meditiert, dass man achtsam ist, bla 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 bla. Und ich meine, dass sehr viele Studien zeigen, dass man, wenn man nicht überreizt, wenn man nicht impulsiv reagiert, und das trainiert man ja mit Meditation und sowas, dass das sich positiver auf dein Leben auswirkt. Das wirkt sich positiv auf deine Beziehung aus, auf Aggressionsprobleme und wird auch von Therapeuten und so empfohlen und dieses Journaling und sowas. Ich meine, viele übertreiben es damit, viele denken, das ist so ein Allheilmittel, aber die Spiritualität an sich ist meiner Meinung nach etwas, was nicht konträr mit der Wissenschaft ist, sondern ganz im Gegenteil. Leon hat allerdings eine andere Definition von Spiritualität. Und das sage ich ganz ohne Wertung, denn der Begriff an sich ist einfach sehr elastisch. Anders als ich bringt er es unmittelbar mit einem Gott in Verbindung. Spiritualität ist die Connection mit etwas Höherem. Ganz einfach ausgedrückt. Das ist mal so runtergebrochen. Ist die Connection mit etwas, was du nicht sehen und anfassen kannst. Mit irgendetwas ja, nicht physischem. Was wie eine Seele sehen kannst, wenn du bewusst geworden bist. Das ist für mich, oder wenn ich ins Meer gehe, wenn ich mir das Meer angucke, wenn ich generell... Übrigens sagt er, das ist meine Definition von Spiritualität, aber ich habe nie gesagt, dass das meine Definition von Spiritualität ist. Ich habe gerade gesagt, es geht hier gerade um Gott. Also er tut auch gut, einfach irgendwelche Sachen aus dem Zusammenhang schneiden und dann sagen, das ist seine Definition von Spiritualität. Heftig. ...unterwegs bin. Das ist so schön und das ist so perfekt. Ich kann mir nicht erklären, dass das aus Zufall entstanden ist, weißt du? Und auch wenn das nicht meine Überzeugung ist, vor allem weil das Wort Zufall in diesem Zusammenhang irreführend ist, würde ich niemanden dafür kritisieren, zu glauben, dass... Außerdem finde ich es immer noch wichtig, dass Spiritualität und Wissenschaft zusammenkommen. Dann könnten wir ultimative Dinge erreichen, meiner Meinung nach. Tesla hat das zum Beispiel zusammengebracht. Viele andere Leute haben das auch zusammengebracht. Ich glaube, es gehört auch zusammen, weil dann kann man auch mal Dinge erklären, die außerhalb von... Also ich glaube, dann kommen wir halt wirklich näher an die Wurzel ran, wenn wir das mit einbeziehen würden. Weißt du? Und die meisten Wissenschaftler, die ihr Leben lang geforscht haben, sind am Ende auch zu dem Schluss gekommen, dass auf jeden Fall etwas Höheres hier am... 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 am Machen ist, weißt du? Dass das auf jeden Fall nicht alles erklärt werden kann mit Formeln und mit Denken. So, es gibt Dinge, die sind... die übersteigen unseren Intellekt, die übersteigen unsere Intelligenz, die übersteigen unser Denken. Die sind höher als das. Und wenn du richtig tief in die Forschung reingehst, wie so Einsteins zum Beispiel, sind am Ende des Tages auf den Schluss gekommen, dass es sowas geben muss. Alleine wegen dem Doppelspaltexperiment sind Leute aufgewacht so. Wenn du in die Quantenphysik reingehst und einfach merkst, dass Teilchen sich anders verhalten, wenn ein Beobachter dabei ist. Warum? Und da haben die Leute langsam gemerkt, okay, krass, da passieren noch Dinge, die außerhalb von dem sind, was wir sehen und anfassen können. Und diese Kräfte wirken halt auch die ganze Zeit. Weißt du? Und wenn man da mehr zusammenarbeiten würde, glaube ich, könnte man noch heftigere Erkenntnisse machen. Wenn man Spiritualität und Wissenschaft noch ein bisschen, ja, wenn man, weil ich habe das Gefühl, teilweise, nicht immer, aber teilweise wird von der Wissenschaft auf so esoterisch oder spirituelle Sachen so herabgeschaut. Weißt du? Und ich glaube, wenn das mehr auf Augenhöhe stattfinden würde und wenn man sich da gegenseitig zuhören würde und vielleicht auch zusammen forschen würde, könnte man noch heftigere Erkenntnisse machen. Schöpfung ein Wille steht. Wenn es dir ein beruhigendes Gefühl gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass ein barmherziger Schöpfer nur das Gute oder Gerechte für jeden Menschen möchte, wer bin ich das abzusprechen? All das, was ich auf der Welt so sehe, sei es das viele Leid oder sei es die Wissenschaft, zeigt mir, dass es auch ohne diesen Uhrmacher geht. Aber ich kann im Endeffekt nicht das Gegenteil beweisen. Und übrigens, das ist auch die Überzeugung der meisten Atheisten. Die sagen nicht, es gibt Gott nicht, sondern es gibt keinen Beweis für Gott. Wie gesagt, bleibt Leon aber nicht auf dieser, nennen wir sie, spirituellen Ebene. Anfangs versucht er kläglich, seinen Glauben mit dem Hirngespinst des gecancelten Wissenschaftlers in Verbindung zu bringen und greift zur Untermalung auf bekannte Koryphäen zurück. Zum Beispiel in Einstein und so. Wir haben noch gefordert und die sind auch zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen, auch wie in Tesla am Ende des Tages, wo sie richtig tief in die Wissenschaft reingekommen sind. Aber dann wurden auch deren Erkenntnisse bewusst diffamiert und bewusst gecancelt. Die Jungs haben damals gecheckt, dass das zusammengehört, dass Wissenschaft und Spiritualität nicht voneinander zu trennen ist. Und wenn du in die Wissenschaft ganz tief reingehst, dann dir bewusst wird, dass es sowas wie einen Schöpfer geben muss, dass es sowas wie Gott geben muss. So Einstein und alle Leute, die quasi die Wissenschaft etabliert haben zu einem Großteil so, die haben am Ende des Tages gesagt, nach ihrer ganzen Forschung, dass es was wie Gott geben muss. Also wenn Einstein gecancelt wurde, dann hat dieses Wort mittlerweile wirklich jegliche Bedeutung verloren. Keine Ahnung, in welcher Doku er das wieder aufgegriffen hat. Vielleicht hat er irgendeinen Aphorismus fehlinterpretiert. Hier, Digga, diese Solveig-Konferenz. Das ist eine geile Doku, die kann ich jedem ans Herz legen. Die habe ich hier auf der Startseite drauf, glaube ich, ne? Mit Einstein, Pauli, Dirac, Bohr, Heisenberg, Curie, de Broglie, Schrödinger und vielen anderen alles drehte sich um die Frage des Bewusstseins in der Welt der Atome. Heisenberg und Bohr sprachen Einstein auf eine neue Theorie an, die besagte, dass die Gedanken der Forscher das Ergebnis der Experimente beeinflussten. Jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, gelangt zu der Überzeugung, dass sich in den Gesetzen des Universums ein Geist manifestiert. Ein Geist, der dem des Menschen weit überlegen ist und angesichts dessen wir uns mit unseren beschränkten Kräften demütig fühlen müssen. So, Albert Einstein, da hast du deine Doku, mein Jutze, und deine Zitate. Aber Einstein hat nie behauptet, Boah, der Junge gibt mir auch ein bisschen, also das ist, sollen wir das noch durchziehen? Dass es einen Schöpfer geben muss. Wisst ihr, was, was, was? hat mittlerweile wirklich jegliche Bedeutung verloren. Keine Ahnung, in welcher Doku er das wieder aufgegriffen hat. Vielleicht hat er irgendeinen Aphorismus fehlinterpretiert. Aber Einstein hat nie behauptet, dass es einen Schöpfer geben muss. Wisst ihr, ich lasse... Der lügt einfach. Albert einfach selbst antworten. Es war natürlich eine Lüge, was sie über meine religiösen Überzeugungen gelesen haben. Eine Lüge, die systematisch wiederholt wird. Ich glaube nicht an einen persönlichen Gott. Und ich habe dies niemals geleugnet, sondern habe es deutlich ausgesprochen. Falls es in mir etwas gibt, das man religiös nennen kann, so ist es eine unbegrenzte Bewunderung der Struktur der Welt, soweit sie unsere Wissenschaft enthüllen kann. Die Bibel sei für ihn außerdem eine Sammlung ehrwürdiger, aber reichlich primitiver Legenden. Das ist Gott. Aber immer noch in einem Universum basierend auf naturwissenschaftlichen Gesetzen existiert. Gott ist in diesem Kontext also als Metapher zu sehen. Vor allem, wenn man die Umstände... Ja, das ist sowieso so eine Definitionsgeschichte, was du als Gott siehst und was nicht. So kann jeder anders definieren. Ich sage halt auch nur Gott, weil das die meisten Menschen verstehen würden. Aber das, was er gerade beschrieben hat, an was Einstein geglaubt hat, ist für mich Gott. ...schaut, unter denen der Wissenschaftler seine Experimente durchführen musste. Atheisten oder Agnostiker wurden vor allem während der 50er und 60er gerne mal als Kommunisten bezichtigt. Die damaligen Erzfeinde der USA. Da war das von Einstein strategisch schon ein bisschen smarter, Religion nicht zu explizit abzulehnen. Wie auch immer, selbst Leon schneidet ja in dem Talk den Gott an, von dem Einstein redet. Gott manifestiert sich in allem, was lebt. So, weißt du, in jedem Tier, in der ganzen Natur, in jedem Menschen. Warte, ich muss das kicken, ich habe Airport nicht hören. Ich glaube, dass wir als Menschen alle miteinander auf eine gewisse Art und Weise verbunden sind. Irgendwas außerhalb unseres Verstandes. Es passieren Dinge um uns herum, die wir nicht erklären können, die wir nicht mal sehen. Und das ist für mich göttlich, meiner Meinung nach. Und das ist ja wie gesagt vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube das ja auch. Genau wie wahrscheinlich 90 Prozent aller unfreien Wissenschaftler. Aber es ergänzt sich einfach nicht mit dem Kreationismus, den Leon sonst an den Tag legt. Die Vermischung lässt er darauf schließen, dass er an einem kohärenten Weltbild, dem schmalen Grad zwischen Religion und Wissenschaft, scheitert. Sein Unvermögen, evolutionäre Prozesse zu verstehen, komplettiert er nur das Bild. Ich glaube nicht daran, dass aus einer Schildkröte ein Affe werden kann oder aus einem Affen dann eine Giraffe und aus einer Giraffe dann ein Mensch. Fakt. Ich glaube da nicht dran. Ich kann nicht beruhigen, das sagt ja auch keiner. Naja, im Gespräch merkt Gregor schnell, dass auch in Leons Religionsgequatsche eigentlich nur Worthülsen stecken. Das ist eigentlich kein rationales Argument sein, sondern ein eleganter Weg, um diese, und für mich eigentlich sinnlose, weil am Ende bewegt sich jenig. Bro, dann scheiß drauf. War ein guter Talk, ich küsse dein Herz, Bruder. Wir haben noch unsere Basis aufgebaut. Ja, ist doch geil, greif doch jetzt. Willst du mir nicht noch über weltliche Dinge reden? Ich bin durch mit dir. Du bist mir ein bisschen zu trollig unterwegs. Du führst keinen Ernst zu nehmen das Gespräch. Du bist mir ein bisschen zu trollig unterwegs. Wäre geiler gewesen, hätten wir ihn von. Wie enttäuscht der ist, der will den Content unbedingt noch mitnehmen. Gespräch unter Männern führen. Uh, Männer. Eigentlich könnte man allein zu Leons Verständnis von Maskulinität eine tiefgehende Analyse machen. Oh, mach, Bruder, bitte. Bitte. Mach was Interessantes, mein Juts da. Aber zusammengefasst lässt es sich so sagen. Auch hier ist er furchtbar inkonsistent. Auf der einen Seite will er den Selbst... Männer, er hat das Wort Männer gehört und war dann schon so, was Männer? Wie Männer? Was für Männer? Gibt's doch gar nicht. Ist ein soziales Konstrukt. ...wusten starken Typen mit Werten- und Überzeugungen-Meme. Ist aber andererseits einer der fragilsten und unsichersten Content-Creators, die ich überhaupt kenne. Ich würde sagen, dass niemand so schlecht mit Kritik an der eigenen Person oder eigenen Aussagen gehen kann. Sobald Leon Gegenwind erfährt, sobald er gezwungen wird, seine Annahmen mal zu hinterfragen, ein bisschen vehementer, nicht so super, super, super freundlich, ist er nicht in der Lage, das rational einzuordnen und sein Ego zurückzufahren. Nein, es setzt immer so einen Fight-or-Flight-Reflex in Gang. Entweder wechselt er, und ich hoffe, das habe ich hier eindrucksvoll nachgewiesen, das Thema, oder versucht Unsicherheit mit Ironie oder Falsch... Was ich nicht gut kann, das habe ich gemerkt, wenn Leute nicht wirklich mit mir auf menschlicher, vernünftiger Ebene reden, sondern nur auf dieser Troll-Ebene und versuchen, dich in irgendeine Ecke reinzuframen und dich irgendwie lächerlich darzustellen. Darauf reagiere ich allergisch. Es fällt mir schwer. Aber ich habe daran gearbeitet, so zum Beispiel bei dem Talk mit Dara sieht man das so ein bisschen, dass ich mich davon nicht mehr so krass beeinflussen lasse, dass ich mehr bei mir bleibe und einfach mir selber treu bleibe, egal wie ekelhaft es gegenüber mich gerade versucht, irgendwie als Nazi hinzustellen oder was auch immer so. Aber ich habe schon ein Problem damit, das gebe ich auch offen zu, wenn ich merke, dass die Leute halt einfach nicht ehrlich mit dir reden, sondern dich einfach eigentlich nur in irgendeine Ecke reindrücken wollen oder trollen wollen oder dich lächerlich machen wollen oder so, weißt du? Da habe ich ein Problem damit, da stehe ich aber auch zu. Ich mag so eine Menschen auch eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, weißt du? Ich mag Menschen mehr, die ehrlich sind, die offen sind und die eine andere Meinung haben und mit dir vernünftig reden. So, menschlich. Vernünftig mit dir reden, Argumente austauschen und einfach cool bleiben. Da komme ich besser mit klar. Sachen zu überspielen. Das Gespräch mit Gregor ist da kein Einzelfall. Grandios war zum Beispiel, als er sich bei Kianos über den bösen Kuchen-TV ausgeheult hat. Das ist halt krass, der sucht ja jetzt Videos von 2020 raus und so, wo ich auch ganz klar, also es werden natürlich nur die Sachen ausgepackt, wo ich auch selber schon oft gesagt habe, auch im Talk mit Kianos, dass ich mit meiner Performance dann null zufrieden bin, Digi. Weißt du, was ich meine? Und dass ich da einfach mich noch von diesen Trolls, von diesen Leuten, die dich einfach nur fertig machen wollen, dich irgendwie triggern wollen, und die dich irgendwie in eine Ecke reindrücken wollen oder so, dass ich damit nicht umgehen konnte, weil ich diese Menschen nicht so, da kommt dann Ego, da hat er recht, da kommt dann Ego, da kommt dann dieses so, fuck, Alter, was sind das für Menschen? Weißt du, ich will es auch dann teilweise nicht wahrhaben, dass es solche Leute überhaupt gibt, so. So, und dann habe ich mich früher halt von diesen Leuten so beeinflussen lassen, dass ich aus meiner eigenen Mitte rausgekommen bin und dass ich selbst nicht mehr ich war, sondern mich von den Leuten so triggern lassen habe, dass ich dann auf deren Niveau gegangen bin und dann Sachen gesagt habe, hinter denen ich nicht stehe, so. So, das gebe ich ganz klar hierzu. Stimmt so. Ja, okay, der packt jetzt hier die Performances aus, die halt irgendwie, so, weiß ich nicht, Digga, sollen wir uns das noch zu Ende gucken, Chat, eins in die Chat, wenn wir das zu Ende gucken, so, ich weiß, ich weiß, I don't know, Bro. Ist halt klar, das ist halt nur Framing, alles durchsucht, wo ich schlecht aussehe und wo ich nicht so gut rede und dann einfach alles zusammengepackt, so. Ist ja schön, wenn Leute eine andere Meinung haben und wenn Leute sagen, ey, guck mal, du erzählst hier Müll und so und ich muss natürlich auch damit rechnen, wenn ich in der Öffentlichkeit stattfinde, dass es Menschen gibt, die Videos über mich machen, gegen mich machen und versuchen, mich zu exposen oder was auch immer, so, weißt du. Das gehört halt einfach dazu, wenn du in der Öffentlichkeit stattfindest, so. Das ist halt eigentlich auch nicht unser Style, also wir machen ja sowas gar nicht, deswegen ist es auch schwierig für mich auf sowas zu reagieren, weil ich bin halt auch nicht so ein Typ, der dieses, die haben ja auch, also wie er mir vorgeworfen hat, dass ich bestimmte Dinge anspreche und bestimmte Mechanismen nutze, um dann auf gewisse Themen hinzuweisen und so, haben die ja auch genau ihre Art und Weise, wie die das schaffen und die machen sich ja wirklich Gedanken darüber, schreiben ins Skript, wie kann ich diesen Typen so krass wie möglich als Idioten darstellen und dann gucken die halt Jeder muss das tun, was er amazing findet. Zwölf Jahre YouTube-Laufbahn und gucken dann halt, okay, wo war der ein Idiot, wo hat der Scheiße gelabert, dann packen die alles zusammen und dann machen die halt ein Video, wo die dann sagen, hier, guck mal, was für ein Depp so, weißt du, und es ist halt einfach auch gar nicht die Energy, die von unserem Kanal ausgeht so und deswegen ist es auch schwer manchmal auf solche Sachen zu reagieren und da seinen Senf abzugeben, ohne, das gibt mir halt grundsätzlich komische Vibes so, weißt du was ich meine, deswegen, das machen wir jetzt auch nicht mehr so oft, so irgendwelche Hater uns reinzuziehen, die auf Krampf einfach nur irgendwie versuchen, dich als Idioten darzustellen, weil ich merke schon, auch nach dem Tobias-Huch-Ding habe ich auch gemerkt, das hat halt natürlich einen Einfluss auf deine Energy und deine Vibes zu einem gewissen Maße so. Ich bin mittlerweile mehr davon distanziert, dass es nicht mehr so krass in mich reingeht, aber nichtsdestotrotz, die Vibes kommen ja rüber so, weißt du, deswegen, davon erstmal genug, Alter, ich küsse euer Herz. Ich liebe euch, macht's gut, Peace out.